Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und nächste Woche am 21.08. ist es soweit, es wird nicht länger Lego VIP geben. Was bedeutet das für uns, was für eine Änderung betrifft uns dort persönlich auch mit den VIP-Punkten und so weiter und so fort. Das habe ich mal alles kompakt für euch in diesem Video zusammengefasst. Also, wir haben auch eine positive Überraschung ganz am Schluss, deswegen bleibt dran bis zum Ende und ich würde sagen, los geht's. Bisher benötigte man ja für Lego Ideas, Lego Builders, das ist übrigens diese Anleitungs-App, Lego Live und auch den Lego Online Shop ja verschiedene Logging. Das wird in Zukunft wegfallen und zwar kommt an dieser Stelle neu Lego Insiders, das heißt das VIP-Programm und die anderen genannten Programme bzw. Apps fallen jetzt alle zusammen bei Lego Insiders. Passiert irgendwas mit euren VIP-Punkten? Nein, ihr könnt ganz entspannt sein, ihr müsst die jetzt nicht diese Woche noch unbedingt verbraten. Die VIP-Punkte bleiben bestehen, das ist auf jeden Fall sehr gut. Interessant allerdings für die meisten wird es sein und zwar können wir jetzt Anleitungen scannen. Hört sich jetzt erstmal komisch an, aber seit 2018 spätestens gibt es ja auf jeder Anleitung ganz vorne rechts unten so einen QR-Code. Und den könnt ihr scannen. Wenn ihr den scannt, bekommt ihr 20 Punkte und das entspricht in etwa 13 Cent pro Anleitung. Das heißt, wenn ihr gerade einen Breaking-Store habt oder einfach ganz viele aufgebaute Sets habt und die Anleitung hoffentlich aufgehoben habt, dann könnt ihr die noch alle einscannen und dann bekommt ihr zum Beispiel für 38 Anleitungen 5 Euro. Das hört sich jetzt erstmal nicht viel an, aber 38 Anleitungen, wenn ich mal so bei mir überlege, dann komme ich da auf jeden Fall hin und 5 geschenkte Euro, also warum denn nicht? Könnt ihr euch ja natürlich dann dementsprechend hochrechnen. Wenn ihr 100 Euro haben wollen würdet, dann bräuchtet ihr halt nur 760 Anleitungen, also ihr wisst Bescheid. Was ist natürlich der Nachteil? Ja klar, wir geben natürlich unsere Daten preis, aber das machen wir ja sowieso bei jeder App, bei der wir uns anmelden. Die wollen ja immer Zugriff auf alles haben, daher sehe ich da jetzt nicht so große Probleme persönlich auf mich zukommen. Aber natürlich muss das jeder für sich selber entscheiden, man kann ja auch diese 13 Cent pro Anleitung halt einfach ignorieren. Das ist ja nur ein Angebot von Lego und ich denke auch an die Leute, die vielleicht 100 oder 200 Clone-Sets kaufen, also die Battle-Packs kaufen. Wenn die davon wenigstens dann noch ein paar Euro wieder kriegen, entweder sei es um weitere Battle-Packs zu kaufen oder was anderes zu kaufen, dann ist das doch eine faire Sache, also warum denn nicht? Aber jetzt seid ihr gefragt. Schreibt mir gerne mal in den Kommentaren, was ihr von dieser Änderung haltet. Denkt ihr, das ist ein Schritt in die richtige Richtung? Denkt ihr, diese 13 Cent als Belohnung in Anführungszeichen ist es wert, eine Anleitung zu scannen? Oder seid ihr da anderer Meinung und sagt, ach, für 13 Cent scanne ich hier gar nichts? Ich bin da echt gespannt auf eure Meinung, eure Einschätzung zu der ganzen Sache und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.